Ich rufe vereinbarungsgemäß auf den Punkt 77 der Tagesordnung. Das ist der Dringliche Antrag der Fraktionen der CDU, Fraktionen BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und der Fraktion der Freien Demokraten Neubenennung für ein hessisches Mitglied und ein Stellvertreter für die siebte Mandatsperiode im Europäischen Ausschuss der Regionen. Wir wollen ihn ohne Aussprache abstimmen. Deswegen darf ich Sie fragen, wer für die Annahme des Dringlichen Antrags ist. Den bitte ich um das Handzeichen. Ist jemand dagegen? Enthält sich jemand der Stimme? Damit ist bei Enthaltungen der Fraktion DIE LINKE und der fraktionslosen Abgeordneten der Dringliche Antrag angenommen worden. Herzlichen Dank dafür. Nun bedanke ich mich sehr für die zahlreich entgegengebrachten Glückwünsche.